Wer wird Sixth Man of the Year? Das fragen wir uns und wir stellen euch folgende Kandidaten vor. Enes Kenta ist einer der besten Sixth Man in dieser Saison. Der erst 23 Jahre alte Center von den Oklahoma City Thundern legt 12,4 Punkte auf, dazu 8 Rebounds und hat ein Player Efficiency Rating von 23,95. Das ist so gut, dass er sogar unter den Top 11 der gesamten NBA landet. Weiter geht's mit Jamal Crawford, der schon 36 Jahre alte Shooting Guard von den Los Angeles Clippers hat diesen Award ja schon gewonnen und ist auch dieses Jahr wieder vorne dabei. 13,7 Punkte pro Spiel und 2,2 Assists sind sicherlich gute Stats. Ryan Anderson ist MIP, also Most Improved Player schon geworden und das war 2012 noch damals bei den Orlando Magic. Derzeit legt er 17 Punkte für die Pelicans aus New Orleans auf, dazu sechs Rebounds. Das sind echt toppen Nummern. Das Einzige, was ihm wahrscheinlich schaden wird, ist die schlechte Saison seiner Mannschaft. Kommen wir zu Will Barton, der Second Round Pick, damals noch bei den Portland Trailblazers. Das heute bei den Denver Nuggets legt echt Top-Nummern auf für letztere. 14,9 Punkte pro Spiel, dazu sechs Rebounds und ein Player Efficiency Rating von 16,94. Ja, hat er eine wirkliche Chance, diesen Award zu gewinnen? Eine Chance auf die hässlichste Frisur der NBA hat sicherlich Jeremy Lin. Dennoch, seine Nummern lügen nicht. 11,7 Punkte pro Spiel, dazu drei Rebounds. Ja, auch wegen ihm stehen die Charlotte Hornets so gut wie in den Playoffs. Unser letzter Kandidat ist Dennis Schröder. Nein, wir haben ihn natürlich nicht vergessen. Der Point Guard der Atlanta Hawks kommt auf 11,3 Punkte, dazu 4,5 Assists pro Spiel. Und auch ein Player Efficiency Rating von 16,76 kann sich sehen lassen. Nicht umsonst gab es viele Trade-Gerüchte um den jungen Point Guard. Und es wird sich zeigen, auf wen Atlanta im Sommer vertrauen wird. Er oder Jeff Teague. Ja, das war es von meiner Seite. Ihr könnt aber noch abstimmen, welcher dieser Jungs soll Sixth Man of the Year werden. Wir haben ein Voting auf basket.de. Schaut doch mal drauf und lasst eure Meinung dort stehen. Wir hören uns, bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.